Handy am Steuer ungeheuer? Ich hatte Angst, dass Twitch irgendwie böse wird, wenn ich Handy am Steuer schreibe. Graphics? Hi! Motion Blur? I don't think so. How to play? There are three monsters you must stay aware of. One next to you, one behind you, and one on top. There are three monsters involved, which we have to keep in mind. One monster on the driver's seat, one behind us, and one above us. On the roof, or what? Defend yourself by looking at their direction for a number of seconds by pressing D. Looking right, S looking behind, and W looking forward. And they will leave you alone. When you see the monster on top, you must shut your eyes by holding spacebar. Don't shut them off. For long. Or else... Also, die Monster, die bei uns drin sind, die müssen wir anklubschen. Ein paar Sekunden, und dann lassen sie uns in Ruhe. Wenn das Monster von oben sich zeigt, müssen wir die Augen schließen. Wir dürfen sie aber nicht zu lang geschlossen halten, denn auch dann kann etwas Schlimmes passieren. The only way to progress is to text your family and friends by pressing E. You will open your phone, left mouse click to enter messaging app. Make sure you look at where you're going. Die einzige Möglichkeit, das Game durchzuspielen und Fortschritt zu erzählen, ist, indem wir unserer Familie schreiben, während wir am Steuer sitzen. Bin gespannt. Oh, wartet mal. Den Sound. Ich bin ganz kurz weg, Chat. Also, ich rede noch mit euch, aber ihr seht gerade nichts. Halt alles seine Richtigkeit. Nicht durchdrehen. Don't text and drive. So. Sag gerne Bescheid, ob es zu laut ist gleich. A, F, A. Hä? Was war das? Das ist ja komisch. Ich hätte schwören können. Darf ich jetzt? Da ist was unter dem, unter dem Sitz. Oh, ich darf das Auto nicht selber fahren, sondern, wenn ich zu lange weggucke, dann... Oh. Hallo, mein Kleiner. Wenn ich zu lange weggucke, dann kommen wir immer weiter von der Straße ab. Guck mal. Oh, vielleicht sagt der grüne Balken. Waren wir ein Unfall... Jesus. Dead. Dead. Ich bin am Fahren. Und... Da ist etwas... Oh. Bro, mach das Ding weg! Okay. Ich hab Papa geschrieben, dass ich gerade am Autofahren bin und dass sich irgendetwas auf meinem Rücksitz befindet. Wenn der grüne Balken auf Null ist, bauen wir einen Unfall. Ich verstehe. Ich hoffe, Papa hat mir zurückgeschrieben. Okay. Boah, der legt auch seinen Arm um mich, so als ob er mich küssen will. Bisschen cringe. Schnell. Neue Nachricht. Oh, das war falsch. Was schreibt Papa? What? Was? Wo bist du? Fahr sofort rechts ran und sprich aus dem Auto. Ich kann nicht. Es versperrt die Türen. Und ich... Weiß... Papa, ich muss kurz... Hallo. Hallo. Sofort unter den Sitz mit dir. Und du? Guck mich nicht so an. Wer, du legst deinen Arm doch mal ohne... Oh, warte mal. Ich hab fast einen Unfall gebaut, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Warte. Wenn die grüne Leiste auf Null ist, fressen sie mich. Dann baue ich keinen Unfall. Sie fressen mich. Nochmal. Jetzt nächstes Spiel bitte? Nein, ich will mit meinem Papa schreiben. Fucking Hater. Okay. Cool, hat Spaß gemacht. Chat. Das heißt, wir müssen auf den... Auf die Stolpersteine da achten. Dieser Sound. Hab vergessen, wie das Ding heißt. Dad. Ich bin am Fahren. Warum achte ich in so einer Situation auf Rechtschreibung immer? Irgendetwas ist auf meinem Rücksitz, Papa. Ich brauche Hilfe und zwar schnell. Wie kann ich noch schreiben in der Zwischenzeit, bis Papa antwortet? Alex. Alex. Ich bin auf der Straße gerade. Und da ist etwas in meinem Auto. Erstmal einen Roman schreiben. Okay. Hat Papa geschrieben? Daddy? Ich kann nicht rechts ranfahren. Es versperrt die Türen. Und ich weiß... nicht, was ich tun soll. Okay. Bist du noch da, wo du... Na, 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 du kleiner Süßer. Sofort wieder runter mit dir. Warte, rechts. Guck doch nach rechts. Bin ich tot? Ich... Guck doch nach rechts! Ich hab irgendwie einen Unfall... Sorry. Ich konnte nicht mehr nach rechts gucken. Noch eine Chance. Ich bin gerade voll an Weiben. Aber... Da ist irgendwas hinten. Alex. I'm on the road right now. And there's... Something in my car! Ah! Auch Papa hat mir geschrieben. Ich kann nicht rechts ranfahren, Papa! Der Song ist zu gut. Der Song ist zu gut. Oh my God! Was? Mäh! Dude, you're just tripping out. You've been clean for a while now, right? I swear, Alex. It is not in... my head. There's something here with me. It's like a nightmare. I'm freaking out. Unser Kumpel Alex denkt, dass... Brauch ich's mir? Ey! Ich seh nicht ein, dass mich dieses Indie-Spiel bricht. Ich bin gut im Tippen. Okay, Englisch ist so ein bisschen tricky. Mit den ganzen Apostrophie, Apostrophe drauf. Aber... Es kann nicht sein, dass wir auf die Schnauze kriegen. Jedenfalls, unser Kumpel denkt, wir sind am trippen. Er denkt, dass wir Drogen genommen haben. Er meinte, hey, du bist doch schon eine ganze Weile clean. Was los? Und wir so, Bro, das sind keine Drogen. Mega das Müll-Game. Bro... Nein, ich spiel das jetzt weiter. Ihr habt's gewartet. Und ich find's gut. Ihr habt nur keinen Geschmack. Also ihr, die ihr in den Chat hatet. Warum nicht auch ein Monster? Ja, wenn das kommt, muss ich die Augen zu machen. Aber ich hab's noch nicht gesehen. Habt ihr's gesehen? Das Clown-Spiel war schrecklich. Das hier ist qualitativ hochwertig. Dead. Bin am Fahren. Irgendwas ist auf meinem Rücksitz. Alex. I'm on the road right now. And... There's... Something... In my car. Kurzer Blick nach hinten. Kann nicht raus. Es versperrt die Tür. And I don't know what to do. Boah, du bist aber diesmal ziemlich zahm, du. Meldest dich gar nicht. I swear, Alex. Er ist neben mir. Mach kurz weg. Hör mal, Liebelein. Entweder du verschwindest jetzt. So ist richtig. Okay, bleib einfach ruhig. Ich werde die Polizei rufen. Gib mir deine Location. Kannst du mir beschreiben, wo du gerade bist? I'm on the highway ha... Dad, I'm gonna die. Daddy. Daddy, please. Ich kann nicht... Ich kann nicht... Lass dir mehr Zeit mit ihm schreiben. Du meinst nicht so viele Nachrichten hintereinander. Okay, vielleicht hast du recht. Was soll das Ziel sein? Die Fahrt überstehen. Mir von Papa helfen lassen. Am Leben bleiben. Keinen Unfall bauen. Die Fahrt überstehen. Damit muss ich jeden Tag wiederholen. Jawohl. Also, das ist ein solcher. Und das ist ein solcher. Ich kann nicht so viele Nachrichten. Okay, wir warten erst mal ab, bis wir wieder ein bisschen weiter auf der rechten Spur sind, bis der grüne Balken sich regeneriert hat und erst dann antworten wir Papa. Naja, danke für die 32 Monate. Wieso schreib ich immer I sweat, anstatt I swear? Ich schwitze nicht. Papa haben wir jetzt nicht geschrieben? Dafür haben wir Alex die zweite Nachricht übersandt. Isabel, danke für die 67 Monate. Mit der Nachricht, weil du stinkst. Warte, Isabel, als wir uns gesehen haben, Isabel und ich, wir haben uns auf der Gamescom gesehen. Wir haben uns sogar umarmt. Isabel, nachdem wir uns auf der Gamescom gesehen und umarmt haben, da kannst du doch nicht sagen, dass ich stinke, sonst, sonst gehe ich ja davon aus, dass das wirklich stimmt. Das meinst du doch nicht ernst, oder? Kann nicht, blockiert die Tür und ich weiß nicht, was ich tun soll. Hm, er hat sich so komisch zu mir umgedreht, als ob er so ein bisschen... Hey. Du hast wie eine Zauberblume gerochen? Ah, du auch, wie eine Lady, eine Prinzessin. Okay, ganz ruhig bleiben, Chad. Das sind zwei Monster, komische Kreaturen hier im Auto mit mir. Aber, solange ich die Außenwelt davon erzähle und Kontakt zu meinem Papa habe, wird bestimmt alles gut. Ich soll ihm beschreiben, wo wir gerade sind. On the high... Was wollt die Kreaturen von mir? Bitte! Oh, okay. Nein, wartet. Der hinter mir hat so ein Geräusch gemacht. Ja. Bitte lass mich in Ruhe, wenn ich einen Unfall baue, dann erwisch... Wie mach ich noch mal die Augen zu? Oh, Gott. Chad, wie mach ich noch mal die Augen zu? Space? Okay. Auf Space passiert nichts. Auf Space passiert nichts. Soll ich runtergucken? Auf Space passiert nichts! Wir hatten es langsam raus, aber... Hint, press Space to close your eyes. Oh, da stand es sogar noch mal. Ihr habt recht. Aha. Warte mal, How to play mit so drücken. By holding Space bar. Shut your eyes. Aber ich habe meine Augen nicht geschlossen. gedrückt halten. Ich habe beides ausprobiert. Erst gedrückt halten und dann nur noch draufhämmern. Gedrückt halten hat... Chad, okay. Ich drück mal direkt am Anfang... mal der Tasse gedrückt. Ich halte direkt am Anfang mal der Tasse gedrückt. Ihr seht, was ich meine. Wartet. Wartet. Jetzt. Oh, ja. Davor hat es nicht geklappt, ich schwöre. Und da ist etwas in der Backseat. Und... Munke Giga. Was war das gerade? Was bist du? Okay. Dad hat zurückgeschrieben. I can't. It's blocking the doors. Und... 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 I... Don't know what to do, Daddy. Okay. Chad, wir müssen ganz ruhig bleiben, okay? Wir müssen die Spur halten. Und wir müssen darauf achten, dass... Wir diese Kreaturen... Zurückscheuchen, bevor sie uns beißen. Oh, eine Nachricht. Oh, er ist wieder hinter mir. Oh. Wenn sich das Auto überschlägt, dann sterbt ihr mit... Gib mir einen Kuss, Liebelein. Komm mal her. Lass mal ein bisschen schlabbern, euch. Ah. Ich will erstmal den grünen Balken aufladen. Kann ich meine Augen noch schließen? Ja. Das war Buggy davor, ich schwöre. Ich bin on the highway... Heading... Towards... Downtown. Papa will die Polizei rufen. Er gibt die Infos weiter. Danke, Dad. Von... Okay. Nein, wartet. Den grünen Balken erst wieder voll machen. Grüne Sanity? Ich... Glaube... Wieso verliere ich meine Sanity jetzt immer weiter, Chad? Oh, wegen dir. Kleiner Frechdax. Ich verliere immer weiter Sanity. Kann mir jemand sagen, warum? Oh. Buck? Ich will mit dem Kopf etwas zurückziehen. Ich halte dich. Ich helfe meinen, ich troche Lassen. Ich halte mich ins. Es ist eng. Versenkt 15,000. Oh, mein Jahr. Ich halte mich mit Tränen. Ich halte mich mit Tränen. Ich halte mich, Tränen. Der Kopf ist zum Ende. Ich halte mich nach. Ich halte mich. Ich halte mich über den Kopf. Ich halte mich bei mich. Der Kopf ist hier mal dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde wirklich gerne das Handy, aber ich habe das Gefühl, der richtige Moment muss erst noch kommen. Der richtige Moment ist ungefähr jetzt. Teddy! I'm on the highway, heading towards downtown. Bitte schick die Polizei und zwar schnell! Okay. Wir kommen gerade irgendwie nicht mehr zum Schreiben. Hi Junior, dank für die 10 Monate. Papa schreibt. Er ist gerade mit der Polizei am sprechen. Sprich mit mir. Can you see any exits or signs? I'm passing the Johnson Avenue exit. Dad, please hurry. I'm scared. It's going to do something. Ah. Oh, es war so close. 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 Scheiße, Mann. Okay, ich bin zu haben für neue Autosongs, die richtig krass abgehen während der Fahrt. Warum schreibt er seiner Schwester nicht? Ich kann maximal zwei Leute gleichzeitig bedienen, habe ich das Gefühl. Herzbeben. Gas, gas, gas. Take on me. Sure. Highway to hell passt am besten. Stimmt. I'm blocking the doors and I don't know what to do. I swear, Alex, it is not in my head. There's something here with me. It's like a nightmare. I'm freaking out. Oh fuck. I've got to go. So. Chat, ihr müsst aufhören, Papa immer so lange Sätze zu schreiben, okay? Nur weil ihr so lange am Telefon seid und so langsam tippt, sterben wir. Ich will da jetzt ein bisschen mehr Action sehen, ein bisschen mehr Schwung, okay? Das kann ich angehen, das wird ja immer wieder sterben. Wirklich. So langsam bin ich echt, so langsam muss ich die Timeout-Peitsche rausholen. Ich will jetzt mal ein bisschen Aktion sehen hier. Wow, ich bin jung und ich liebe Rock. Und ich liebe es nachts Auto zu fahren. Und ich liebe es Drogen zu nehmen. Was kann da schon schief gehen? Wow, ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu hart gefeiert. Ich könnte schwören, dass da ein Monster auf dem Rücksitz sitzt. Mhm. Mhm, ja. Mhm. Cool. Bisschen chillen, Chat. Bisschen chillen. Den Ball flach halten. Nicht zu gierig werden. Zurück in die Hölle mit dir. I'm passing the Johnson Avenue exit. Dad, please hurry. I'm scared. It's going to do something. Chillen, chillen. Neuer Rekord. Die Police ist auf ihrem Weg. Keep driving. Don't stop until the police get there. Oh, Papa haben wir jetzt abgeschlossen, Chat. Seht ihr? Mit Papa haben wir alle Nachrichten durch. Jetzt müssen wir noch zwei andere, ähm, mit zwei anderen Leuten bis zum Ende chatten. Die Polizei ist bereits auf dem Weg, ihr grässlichen Monster. Es ist noch eine Frage der Zeit. Ihr werdet gestellt. Im Namen des Gesetzes und im Namen des Wuuu-Rocks. Ich glaube, da ist gerade was gespawnt, das hat so komisch geliked. Oh ja. Augen zu machen. Aber nicht zu lang hieß es. Oh oh. Was? Ist es weg? Oder ist es drin? Es ist immer noch da. Hat die Schnauze elten schon. Chat ist es auf die Motorhaube gesprungen. Ich glaube, ich muss meine Augen noch länger zu halten. Ehh, süß. Habt ihr gehört? Es hat so... Es hat... Es hat... Hat's gemacht. Habt ihr mitbekommen? So... Es hat so ganz süß gefiebt. Oh mein Gott. Wenn die nicht so hässlich wären, dann wären sie bestimmt... Ah. Gute Haustiere. Süße Haustiere. Erstmal die Grüner den grünen Balken wieder hochkriegen. Und auf die Strecke zurück. Okay. Wir sollten die Musik weglassen. Ab jetzt herrscht höchste Konzentration. Keine Musik mehr. Die Situation ist zu ernst. Au. Nicht zu gierig werden. Wartet auf das... Ja, die Rüttelstreifen haben gerade schon uns gewarnt, dass wir von der Straße abkommen. Hinter mir war was am Rascheln? Okay. Wir müssen uns um die... War da irgendwas an der Decke hinter mir? Ne, ne? Es sah so aus. Als ob da irgendwie... Ist da oben, Chat? Äh... Ihr seht das auch, oder? Das auf dem Dach... Ich glaub, wir haben so'n... So'n Dachfenster oben. Und ich glaube, er... Äh... Sitzt da oben drauf. Muss ich jetzt schon die Augen... Ne? Bro, da ist doch ein Brustkorb. So'n ekliger Dünner. Da ist doch was. Ohne Musik sehen wir gar nichts. Ich kann jetzt keine Musik abmachen. Dafür ist es zu ernst. Chat, ich kann den Kopf nicht weiter noch umdrehen. Da ist etwas. Ich mach die Augen. Oh mein Gott. Ups. Und vielleicht krabbelt der von hinten nach vorne. Ich muss die Augen erst zumachen. Vielleicht muss ich die Augen erst zumachen, wenn er vorne an der Frontscheibe auftaucht. Macht Danger Zone an? Ist seine Kralle schon da? Nein. Bro, hier ist er oben. Ich seh ihn noch da sitzen, Dude. Soll ich die Augen zumachen? Oh, da ist er. Jetzt hör ich das... Nicht. Da war's. Alles gut. Bro. Bist du die Polizei oder warum willst du mich davon abhalten, das Handy am Steuer zu benutzen? Guck mal klar. Is... Like a nightmare? I'm freaking out. Schwester Herz! Ich bin im Auto, fahre oder... Oh oh. Boah, ich hab's nicht gehört. Beide Monster sind gerade auf dem Vormarsch. Grünes Ding ist gleich vorbei. Ich muss nach vorne gucken. Er ist immer noch wütend und will mich essen. Das war knapp. Alright, Zeit zum Telefon zu greifen. Vielleicht solltest du einfach rechts ranfahren. Ich kann nicht rechts ranfahren. Es ist quasi direkt hin. Erstmal wieder zurück nach rechts. So, wir lassen uns schön lange Zeit dafür. Ich glaub, ich hab was rascheln hören. Doch nicht. Ich glaube, der Text ist verbuggt. Wir sterben. Ich glaub, der Text ist verbuggt. Ich hab ein Wort vergessen oder so. Und der spult nicht zurück, wenn ich delete. Ich glaub, wir haben verkackt. Oh. Dann schreib erst der Schwester. Ja, wir sollten erst die Schwester fertig machen. Du hast recht. Elton John hat sich wieder reingeschmuggelt. Elton, ich liebe deine Songs, aber das ist ein bisschen unpassend. Ich bin in der Auto, driving, und da ist etwas hier mit mir. I'm still standing. Gerade geben sie Ruhe. Ein guter Moment, um nochmal zu schreiben. This is real. I'm scared out of my mind. Das ist kein Prank, Schwesterherz. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Sie denkt immer noch, wir versuchen, sie zu verarschen. Aber dem ist nicht so. Zurück mit dir, Monster. Wir müssen ein bisschen chillen, Chad. Jetzt geht's. Ruf die Polizei oder so, das ist nicht lustig. Hat sie uns geschrieben. Papa ist bisher der einzige, der Hilfe gerufen hat. Oh, mit der Schwester sind wir durch. Nur noch Alex. Alex, bitte enttäusche mich nicht. I can't pull over. Hat sich resettet, sehr gut. Nicht zu gierig werden, nicht zu gierig werden. Stopp. Erstmal chillen. Ja. 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 Ich kann sie abschicken. Wieso kann ich sie abschicken? Oh mein Gott. Bitte sei nicht verpackt. Ja. Entfernt funktioniert nicht. Die Schwester erst weitermachen? Ich glaube, wir müssen noch eine Nachricht lesen und sind wir fertig mit ihr. Also ist schon abgehakt, linksum. Der eine ist komplett eingeschnappt, der macht gar nichts mehr auf dem Beifahrersitz. Als ob wir seinen Geburtstag vergessen hätten. Oder unseren Jahrestag. Da ist nichts mehr, seht ihr? Geh nicht. Auf Enter schickt er es nicht mehr ab, Chat. Über Enter kann ich nichts mehr eingeben. Zu langer Text? Aber ich soll ihn doch nachtippen. Ich glaube, das Monster ist auch vor mir aufgetaucht. Weil ich jetzt groß geschrieben habe. Ich dachte, solange alles grün ist, ist alles richtig. Habe ich Groß-Kleinschreibungen verkackt. Wir probieren es gleich nochmal. Ok, neuer Anlauf. Let's go. Ich mache nochmal, ich delete nochmal alles. Entfernen, delete, entfernen, delete. Ich darf nicht alles in einem Stück machen. Ich will den Fortschritt nicht verlieren. Hoffentlich kommt die Polizei bald. Hör mal Kleiner, ich will wirklich keinen Stress mit dir, ok? Gottverdammte Scheiße. Okay. Bro. Die kleinen Widerlichen. Vielleicht können wir einander verstehen lernen. Vielleicht müssen wir uns nicht gegenseitig bekämpfen. Vielleicht können wir koexistieren. Ich habe es in der Rare View Mirror gesehen gesehen. Und es ist nicht human. Ich glaube, der Chatverlauf mit Alex ist so ein bisschen verbuggt. Das ist echt ungünstig. Außerdem haben wir wieder einen Besucher auf der Windschutzscheibe. Hä? Hä? Nicht schlecht, ihr verdammten Monster. Wirklich nicht schlecht. Ihr habt mich in die Ecke getrieben. Und irgendwie habt ihr anscheinend mein Handy erobert. Also ihr habt das gehackt oder so, weil ich kann keine Texte mehr abschicken. Ihr haltet euch für besonders klug. Doch ich entscheide selbst, wie ich drauf gehe. Hm. Hm. Ich hasse dich. Und ich habe mit deiner... Okay. Noch einmal. Wir sollten eine Prediction machen. Slash Prediction. Schaffen wir es diese Runde? Ja? Nein? Zwei Minuten. Zwei Minuten. Na der Seoul. Das war's für heute. Ich wollte es nicht so weit kommen lassen, aber es ist Zeit für den Turbo-Modus. Das war's für heute. 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 Ich hab'n gutes Gefühl bei der Sache. Schreibt mir, it's like right behind me, it's right like, oh my god, oh no, ich verliere meine Coolness. Chill, chill, chill. Ich hab'n grünen Balken mehr, ich kann meine Augen nicht zumachen, ich werd' gefressen. Ich bin kein Tokyo Drift-Meister, ich bin ein Lackstar. Warte kurz. Kleinen Moment. Pause. So. Okay. Okay. Ich hab'n sterben. Mit Familie ist nichts unmöglich. Oder so. Ich hab' die Filme nicht geguckt. Wir müssen noch ein bisschen chillen. Doch gleich geht's los. Good to go. Zurück an Sandy. Was mach' ich mit deinem komischen Text? I can't pull over. It's... Fuck me. Jetzt drehen alle durch, der Reihe nach. Es steht nicht gut um unsere Sanity. Außerdem kommen wir langsam von der Strecke ab. Zeit zu chillen. Das könnte der Moment sein. Kümmern wir uns nochmal um Alex' komische Nachricht, die ich immer wieder verkacke. I can't pull over. It's like it's right behind me. I saw it in the rare view mirror. And it's not human. Oh, jetzt haben wir abgeschickt bekommen. Nice. Verschwinde, will. Junge, ich will nichts von dir wissen. Und... Oh oh, das schaff' ich nicht. Ich komm' von der Strecke ab. Hör zu, kleiner... Oh mein Gott. Hör zu. Please. Du zuerst hinter den Sitz. Okay? Bitte. Du kannst doch die Seele von... I don't know. ...meinem Nachbarn haben. Ist kein Problem. Schenk' ich dir. Ha ha. Ha ha ha. Augen zu. Okay. Ich hatte das Gefühl, dass die Runde davor ein bisschen entspannter war. Diesmal sind die ober-aggressiv. Okay, jetzt vielleicht. Ich hau' noch einen hinterher, weil ich so cool bin. Haha, J.K. Oh du Spaß. Hm. Du schon wieder. Na gut, dann schließe ich meine Augen. Hm. Ohne Chat. Jetzt auf Ernst wieder? Ja ne. Ohne Chat. Du kannst du dir die. Ja. Das war's. Ja. Wenn du vielleicht das das nicht so lange, dann schiehst... Ich hab es dir. Insofern, du kannst dich. Na gut. Du kannst dich. Du kannst dich ganz sicher. Du kannst dich. Du kannst dich. Du kannst dich. của Dab. Du kannst dich. Du kannst dich. Du kannst dich. Alex haben wir abgeschlossen, der Typ der vorher verbuggt war. Brilleabgleich tot? Na. Wieso muss man die beiden im Auto angucken, aber den der von draußen reihe guckt, den darf man nicht ansehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Problem, dass ihr diese Monster einfach nur als Monster… wahrnehmt. Aber genauso wie wir Menschen unterschiedliche Charakterzüge haben, Stärken und Schwächen, Dinge die uns ausmachen, so kann es doch auch bei den Monstern vorkommen, dass… die einen eben nicht gerne angeguckt werden und andere hingegen schon. Können wir Guess, Guess, Guess hören? Ich will nicht sterben, weil ihr Songs… weil ihr Songs feiert, Chad. Hört zu. Wir brauchen kein Guess, Guess, Guess. Ist das, was jemand Uncooles gesagt hätte… aber wir sind das Gegenteil von Uncool. Wir sind supercool. Wir sind supercool. Und wir lieben Speed. Und wir lieben schnelle Autos. Und wir lieben Muskeln. Zeit zu rocken. All das, was Schwabbeln nicht hat… … 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 Weiche Dämonen, du hast dir keine Macht! Ist er noch da? Nur noch unserer Schwester schreie, wann sind wir draußen? Es ist zu spät, Dämon, du kannst mich nicht mehr aufhalten. Meine Schwester denkt die ganze Zeit nur, dass ich sie verarsche. Es sind kurze Texte und auch nicht besonders viele. Ich entkomme. Zeit ans Handy zu gehen. Nein, es ist nicht ein Prank und Alex ist nicht hier. Ich würde nicht sagen, ob etwas wie das. Du also auch? So sei es denn! Zeig, was du drauf hast! He! Meinen Ohren entgeht nichts! Zeit ans Handy zu gehen! Joink! Ich glaube, damit haben wir alles. Sobald sie... Eigentlich müsste gleich der Dings kommen. Der Haken. Und dann haben wir alles. Und das Game endet. Okay. Okay. Right? Oh! Hä? Der andere war ein Geisterfahrer. Warte, das war's doch jetzt nicht. All das nur damit mich irgend so ein Geisterfahrer hops nimmt? Oder war ich der Geisterfahrer? Bro, du kannst es doch jetzt nicht so zu Ende gehen lassen. Du bist tot und hast verloren? Nein, wir haben es geschafft, aber... Der Geisterfahrer warst du? Don't text and drive. Gib kein Happy End beim Handy am Steuer. Ja, ich stimme dir zu, aber... Nach all der Mühe und all den Songs hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht als das.